Ich hab echt keinen Bock auf das Theater. Ausschlafen, futternen, gut isst. Guck mal, da ist der Opa. Grüß dich. Merkt ihr denn nicht, wie respektlos das ist, wenn man nicht so viel anders als ein Hübelstück behandelt wird? Also, was darf ich denn heute wieder nicht erfahren? Ich sag dir auch nicht die Wahrheit. Vielleicht sollte ich euch nicht so bedrängen. Ersetz dich einmal in meine Lage. Ich dachte, wir haben einfach mal ein schönes Wochenende zusammen. Ganze Familie. Kommt selten genug vor. Ich bin noch nicht so ein... Ich habe schon ganz, ganz schönes Wochenende wundern.